Doran Doran Ex-Gitarrist macht Krebserkrankung öffentlich Doran Doran wurden am Wochenende in die Rock- und Roll-Rummeshalle aufgenommen. Die Feier wird nun von einer traurigen Nachricht begleitet. Der ehemalige Doran Doran-Gitarrist Antithalo ist eigenen Worten zufolge an Prostatakrebs erkrankt. Viele Familien haben das langsame Brennen dieser Krankheit erlebt. Bei uns ist es natürlich nicht anders, schrieb der 61-Jährige in einem Brief, der am Wochenende bei der Einführungszeremonie der Band in die Rock- und Roll-Hallo-Fahme in Los Angeles vorgelesen wurde. In dem Brief, der auch auf der Band-Webseite zu finden ist, schrieb Talor, dass der Krebsstadium 4 vor etwa vier Jahren diagnostiert wurde, obwohl mein derzeitiger Zustand nicht unmittelbar lebensbedrohlich ist, gibt es keine Heilung. Doran Doran wurden am Wochenende in die Rummeshalle in Cleverland im US-Bundesstaat Oio aufgenommen. Die Band aus Birmingham um Sänger Simon Lebrun schrieb Popklassiker wie Girls on Film, Uwild Boys oder Aviu Tuakil. Zu den weiteren Neuzugängen in der Halle-Fahme zählen auch die Country-Ikone Dolly Paton, Rapa Eminem und Soelsänger Lione Richie. Bedingung für die Aufnahme ist, dass die Veröffentlichung des ersten Albums mindestens 25 Jahre zurücklegen muss. In das Votum für einen Platz fließen neben den Stimmen von Künstlern und Experten auch die von Fans ein. Die Feier wird am 19. November auf dem Bezahlsen der Wo ausgestrahlt.